Willkommen zurück, Leute, zu NES Remix 2. Wir machen weiterhin mit dem Remix und da möchte uns Dr. Mario ein wenig in die Schranken weisen. Die Farben ändert sich. Eliminiere 10 Viren, der ich kotze. Das ist doch scheiße. Das ist doch ein bisschen scheiße, Alter. Das ist doch ein bisschen scheiße. Richtig, richtig scheiße. Vor allen Dingen, weil ich da an der Stelle richtig Mist gebaut habe, möchte ich mal so sagen. Nein. Ja, doch. Nee, ich habe Elimis gebaut. Hätte das jetzt nicht gelb werden können. Oh, kack. Neu. Neu. Einfach neu. Das war nichts. Das war doch gar nichts. So. Jetzt zeigst du mal, was du kannst, Dr. Mario. Ich bin Dr. Mario. Ich bin so super cool. Ich bin Dr. Mario. Ich kann so coole Tricks. Ich bin Dr. Mario. Ich kann einfach alles. Ich bin Dr. Mario. Ich kann so coole Tricks. Ich bin Dr. Mario. Ich bin so super cool. Ich kann dies. Ich kann das. Ich bin Dr. Mario. Ich kann einfach alles. Du, 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 du. Tut mir leid, es ist immer wieder, immer wieder Summe. Aber ich kann nicht anders. Kann nicht anders. Mario Fan. Echt. Zum Kotzen. Mario Fan 8, 8, 8, 8. Hat mich in diesem Bereich ziemlich, 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 ziemlich geprägt. Kann ich nicht anders sagen. Wie machen wir das denn am besten? Ey, ist doch scheiße. Das ändert sich doch gleich passend, oder? Bilde ich mir das ein. Oh, nein. Ich, das kriege ich nicht hin. Ich bin zu dumm. Ich bin einfach zu dumm. Mein Gehirn lässt es nicht zu. Mein Gehirn lässt dieses Ding hier nicht zu. So. Jetzt genau aufpassen. Zack. Da kannst du sofort einen in die Schranken weisen. Jetzt kommt hier rot. Kannst du sofort das zweite kaputt machen. So, schön. Das ist jetzt, glaube ich, kacke. Aber ich glaube, wenn ich den da reinpacke, funktioniert das nicht. Das ist doch scheiße. Jetzt funktioniert doch schon wieder nichts mehr. Ey, bin ich mir das ein, oder ist das dann echt schon versaut? Ich will es gar nicht wahrhaben. So. Das ist scheiße. Hier, rot da drauf. Gelb da drauf. Zack. Zwei weg. Wunderbar. Gelb da drauf. Das machen wir so. Das machen wir so. Das machen wir so. Zack. Nächster weg. Zack. Wunderbar. Wunderbar. Ist das geil. Sechs von zehn. Flip aus. Das war scheiße. Mollo. Das war richtig scheiße. Geil. 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 Schneller. 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 Hat gerade so gezählt. Oh. Super. Herr. Oh Mann. Sogar shiny. Ja. Immer wieder stetiges Nörgeln und Neuprobieren zahlt sich dann doch immer wieder aus. Ne. Und das wichtigste dabei ist nicht das Neuprobieren. Nein. Sondern das Nörgeln. Merkt euch das. Nörgeln ist immer ganz ganz wichtig. Kommt doch immer sehr gut an bei allen. Ja. Der Nörgeln so viel. Den finde ich super. Hm. Na ja. So ist das halt. Machen wir mal Dr. Äh. Mario Bros. 3 weiter. Ja. Das finde ich gut. Wir müssen auch das machen. Ja. Ja. Okay. Das hier ist. Erreiche mit Hilfe der Sterne die Röhre am Ende. Oh shit. Oh. Und es geht schon ultra unfair los. Es geht ultra unfair los möchte ich mal sagen. Aber das ist jetzt ein großer Vorteil, dass ich genau. Dein. Dein. Scheiße. Dass ich genau dieses Level erst gestern in dem LP, in dem Together Let's Play vom liebsten, von meinem liebsten kleinen Red Noser und dem Mr. DJ Kleder gesehen habe. Diesen Vorteil spiele ich jetzt natürlich voll aus. Dadurch weiß ich genau welche wie die Röhren hier kommen. Und wie ich zu springen habe an sich. Du nutzt es aber echt. Es ist aber trotzdem immer noch schwer. Schwer ist es. Das kann ich echt nicht abstreiten. Oh. Ja. Das war jetzt geil. Okay. Das hier muss man echt besser durchkommen. Das ist halt wichtig. Und jetzt ist es geschafft. Jetzt ist es geschafft, weil da kommt nicht mehr viel. Jo. Haben wir. Mann, Mann, Mann. 29,7. Das kann man noch besser. Echt? Wie denn? Ich fand das schon ziemlich gut. Wow. Jetzt wollen sie es aber richtig wissen, oder? Komm, das machen wir auch noch. Weil es eigentlich ist ganz cool. Aber es ist schwer. Siege ein. Rocky Schraubschlüssel. Okay, das kriege ich hin. Du kannst da sagen, müsste hier nicht einer rauskommen. Ja, das sind die Bausack-Castles sozusagen damals. Kinders. Das war noch richtig... Das machen wir nochmal neu. Das war noch richtig Action. Das war noch richtig auf die Fräsen, ne? Das war richtig auf die Fräsen. Das war nicht hier so Kindergeburtstag wie heute. Hier war Arschverlecken angesagt, wie meine Kolleginnen sagen würden. Ah, ist auch schon World 8, okay. Ja, aber guckt euch das mal an. Übrigens, wenn ihr mich kratzen hört, ist das meine Nase. Die juckt wie bescheuert. Und ich kratze da dran rum wie ein Irrer. Ja, und es hilft einfach nichts. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es denn gedacht? Der kommt jetzt hier mal so ein scheiß Monty Schraubenschlüssel, Heini. Rocky Schraubschlüssel, wo bleibst du? Kann doch nicht Sinn der Sache sein. Oh, Gott sei Dank, dass das so lange dauert. Betritt die Röhre. Welche Röhre? Die am Ende. Oh, puh. Und das Schlimme ist, das hier ist nicht einmal das letzte Bowser-Schloss Kinders, ne? Und ich sollte nicht immer Kinders sagen. Es sind ja nicht nur Kinder hier. Und auch die wollen wahrscheinlich nicht immer Kinders genannt werden. Ne. Das ist nicht einmal das letzte Bowser-Schloss. Das ist nicht einmal das letzte Bowser-Schloss. Da kommt doch mehr da, da. Scheiße. Kannst du dir schon wieder vorstellen? Es ist ja gerade Montagnacht, in Klammern. 22.30 Uhr oder so, schätze ich jetzt mal. Meine Nachbarn, die unter mir fänden wollen, sind bestimmt wieder hart begeistert, dass ich hier mitten in der... Ja, mitten in der Nacht. Ja, komm, doch, kann man schon fast sagen, mitten in der Nacht. Dass ich hier jetzt LP'n muss, ne? Let's playen. Im Volksmund. Das macht Spaß. Und jetzt hab ich das fucking letzte Leben und muss den Boomerang-Bruder klein besiegen, oder was? Ja. Das war so zum Kot... Das ist doch zum Kotzen. Ist da zum Kotzen? Ne, das... Da mach ich jetzt ein Continuum, weil das so lang ist. Ja. Das ist echt lang. Also, ganz ehrlich. Vor allen Dingen... Garantiere ich nicht, dass ich das in den nächsten sieben Versuchen schaffe. Okay. Okay, doch. Ja, aber das ist so echt lang gewesen. Ah, ne, da haben wir jetzt keine Lust zu. Haben wir nicht, ne? Nein. Haben wir nicht. Da gönne ich mir den einen Stern. Und ich wurde auch gefragt, ey, Bolo, wie sieht's denn aus? Machst du vielleicht das Ding komplett? Also, hier wirklich 100% auf... Oder offscreen und zeig's dann. Aber, äh, ganz ehrlich, welchen... Erstens hab ich da keine Lust zu. Wirf Bomben und besiege so alle Gegner. Okay. Äh. Okay. Das find ich irgendwie ganz schön. Muss ich sagen. Man könnte natürlich auch so, äh... Voll fix einfach hier alles... Reinballern. Das hat schon mal nicht geklappt. Ähm. Ja. Da seh ich... Also, zum einen hab ich echt... Doch nicht so... Die Lust hier alles nochmal zu... Scheiße. Alles nochmal... Also, runter soll man, glaub ich, nicht. Alles nochmal zu spielen und so. Ne. Und ich seh auch den Sinn nicht, dann euch zu zeigen, dass ich da alle überall drei Sterne habe. Ganz ehrlich. Also, ich... Also, ich wüsste jetzt, ehrlich gesagt, scheiße. Ja. Kann ich jetzt nicht mehr. Oder sind da noch Bomben? Äh, ich... Ich seh da jetzt keinen... Also, was... Was habt ihr davon? Wenn ihr das gesehen habt. Ist halt so... Scheiße. Ist halt so, äh... Okay, es muss so... Es muss so passieren. Aber er muss an der richtigen Stelle stehen. Okay. Ja. Wenn ihr mir erklärt, welchen Sinn dahinter, dann... Da ist es dann... Ja. Dann mach ich's trotzdem nicht. Weil ich keine Lust hab. Aber... Immerhin, äh... Könnt ich dann sagen, okay... Ich, äh... Weiß, was ihr von mir wollt. Ja. Ja. Super. Danke, Todd. Das ist schön gemacht. 12,8 Sekunden. Das ist sogar rekordverdächtig. Absolut. Ja. Solche Sachen kommen ja öfter mal. Deswegen... Deswegen frage ich jetzt einfach mal so. Weil ich einfach, äh... Nicht wirklich weiß, warum. Ich siege den Wagen, Schattenlink. Komm halt hier hin. Ja, ist egal. Machen wir so. Machen wir trotzdem so. Ha! Voll easy. Also, wenn man... Wenn man hier den Trick kennt, dann ist es einfach der leichteste Boss ever. Wenn man ihn nicht kennt, ist es der schwerste Boss ever. Ja. Ich denke... Ich denke, so kann man das, äh... Stehen lassen. Und hier dachte sich Nintendo... Hey! Ist schwierig. Okay. Naja. Ein neuer feiner Stempel. Schön, schön, schön. Was haben wir hier? Das sieht nach Pit aus. Äh. Kid Icarus. Gib ihm. Erreiche den Ausgang. Okay. Ah, ja. Hinkriegen. Wir werden es schon irgendwie... Hinkriegen. Ja. Oder auch nicht. Mal gucken. Mal gucken. Okay. Ach, da kann ich nicht drauf, Mann. Sag das doch mal einer. Tududududu. Tudududududu. Ja, dass das Bild jetzt so ist, wie es ist, das stört mich eigentlich nicht... Wirklich. Muss ich gestehen. Nö Da ist der Ausgang, würde ich mal behaupten Das war's doch Ja Also ich weiß nicht wirklich Wo einen das großartig stören soll Ich meine, du guckst auf einen einzelnen Und dann ist gut, oder nicht? Das kann man doch schaffen Sich einfach auf den einen konzentrieren So, fertig Ich bin auch ein Skiller, das ist ganz klar Oh Apropos Skiller Soll ich kotzen? Das kriege ich doch spiegelverkehrt Das glaubt ihr doch selber nicht Könnt ihr das mal angucken, aber da kann ich ja jetzt schon sagen Dass ich das überhaupt nicht hinkriege Ich besiege alle Monster, bevor die Zeit abläuft Ich hab kein Kein scheiß Durchblick Oh, das war Glück Zack, okay Aber so kann ich doch alle Monster gar nicht mehr besiegen, oder? Ist das so? Ich kann das nicht Ich kann das einfach nicht Und ich kann mich darauf auch nicht einlassen Das ist das Schwierige Da brauche ich wieder eine Komplettlösung für Ohne Scheiß, tut mir leid, aber Lauf Mario rein, das macht doch Spaß Hier ein automatisch laufender Mario Das macht Spaß Damit kann ich mich auseinandersetzen Das ist auch schwierig Kann aber Freude machen Und Ja Alles andere ist doof Lassen wir das mal einfach so stehen Das war ja jetzt schwer Ziemlich schwierig Es tut mir leid wegen den Mario-Woods, aber Es ist eh klar Ich kann das ja nicht mal Ich kann das ja nicht mal normal Ich krieg ja normal Krieg's ja schon nicht hin Kann ich mich darauf nicht einlassen Und über Kopf dann Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit Das jetzt zu schaffen Gleich null Richtig Level 19 von 20 In den Remixen Das sieht cool aus Wisige Bum Bum Als unbesiegbare Peach Wo ist da jetzt die Herausforderung? Das schaffe ich Ich glaube das schaffe ich Warum ist das schwer? Das ist aber jetzt Auch noch nicht das letzte Bowser-Schloss Und hier ist man natürlich normalerweise nicht Nonstop unbesiegbar Wenn ich das mal so sagen darf Das ist dann auch Äh extrem Schwer Weil die Geschwindigkeit hier ist Jetzt auch nicht irgendwie Schneller als normal Sondern das ist echt so Das ist So scheiße schwer Wie es aussieht Boah Aber mit der Steuerung hier Ist natürlich auch echt Überhaupt nicht zu spaßen Natürlich geil Dass Peach fliegen kann Das macht Sinn Und jetzt noch Bum Bum Ja Was war daran jetzt? Verstehe ich nicht Ey zum einen hat man hier so Pipifax-Aufgaben Und dann hat man da sowas Wie das hier Das ist mir ein Rätsel Ein großes Rätsel Ähm Das ist jetzt glaube ich nur Mario gemacht An sich ne Das behalten wir mal bei Machen Super Mario Basis 2 Noch ein bisschen Klettere nach oben Und gehe durch den Ausgang Ohne Schaden zu nehmen Das werde ich versuchen Mein Gefühl sagt mir aber Dass das kaum Möglich Boah Möglich ist Jetzt kommt gleich aus dem Nichts was Ne Sieht doch ganz gut aus Sieht doch ganz gut aus Sieht doch ganz gut aus Schaffen wir Wie Cool Gehe durch den unteren Ausgang Ohne Schaden zu nehmen Hm Na Das muss man Das muss man halt wissen Ne Das muss man halt wissen Deswegen auch die 6 Leben Äh Ja Lieber links Halt dich links Bolo Sonst wird man Sagen Du Ganz nicht Jetzt kommt Jetzt geht's nach ganz unten Boah ey Da kannst du sogar noch Da kannst du sogar noch In der Scheiße landen Sozusagen Geh durch die Tür Das schaffen wir Das schaffen wir nicht Das schaffen wir nicht Das schaffen wir Das schaffen wir Das schaffen wir nicht Das schaffen wir Das schaffen wir nicht Ne Auf gar keinen Fall Schaffen wir das Oh fuck man Das wird ja richtig Richtig übel Hier wollen sie es noch mal wissen Hier wollen sie es noch mal wissen Und jetzt ducken Das wusste ich doch noch Voll einfach So einfach Kann das alles Oh scht Du bist so dumm Nein Wie dumm bist du denn Mann Da hattest du ein Ast rein Ja Ich könnte ja eh springen können Da war doch scheiß Vespa über mir Doch scheiße War doch scheiße Alles scheiße Ui Ich find's sau schwer Das ist auch ein reines Auswendig lernen Boah voll gut Reines auswendig lernen An sich Sau gut Wollo Sau gut Das ist jetzt Sonst so lange Sonst so lange gedauert hätte Ich find's Ich find's aber auch ziemlich fies Dass man das als kleiner Mario Machen muss Das ist ja schon Ne Ah der will nach rechts Abhauen Das wusste ich ja jetzt Aber das ist natürlich ein Vorteil Wissige Bumbum Im ewigen Eis Das könnte schwer sein Eins Ei Zwei Drei Puh So soll man's machen Also bevor ihr euch jetzt So sagt Ey Das Bumbum Doch auch mal zu Bord kommen Ne Ich glaube so soll man's machen Zack Zack Scheiße Weil wenn Bumbum Erstmal in Fahrt kommt Dann hast du ja Ziemlich gelitten Das ist leider so Besiege Bumbum Oh guck mal wenn Mario Da runterfällt Süß aus Zack Und zack Und Zack Und boah ist der Junge gut Warum habe ich mich am Anfang So dumm angestellt Ich meine danach ging's ja echt Richtig gut ab Sogar shiny wert So ja Damit bin ich dann auch Eigentlich ganz gut zufrieden Da haben wir Diesem Part ein bisschen was geschafft Und ich hoffe ihr seid Beim nächsten Mal Wieder mit dabei Leute Wenn es heißt Hier Bowser besiegen Oder Dies Oder Ward besiegen Oder ein Kirby endlich mal weiterkommen Oder weitere Remixen Und Bonisse abschließen Irgendwie sowas in die Richtung Ich hoffe ihr Guckt's euch an Ja Haut rein Macht euch einen schönen Tag Bis dann Und Ciao Ciao